Hallöche Leute, willkommen bei Pandido und unserer Locke der Vampirgeschichte Frankys Fasching. Mal sehen, was passiert. Franky wach! Morgen! Was macht Franky jetzt? Locke nicht da! Dambi auch nicht! Franky langweilig! Hm, Franky schaut sich um! Oh, so bunt! Franky anschauen! Oh, Franky kaputt machen! Ach, Moment! Da war ja was! Franky, man macht keine bunten Vasen kaputt! Ach, stimmt! Franky nicht kaputt machen! Franky, gut! So, alles noch heil und hübsch! Oh, was ist das? Oh, Blume! Rote Blume! Blume anfassen! Oh, Moment! Da war doch was! Franky merkt ja, das Rote ist keine Blume, sondern Feuer! Ja, genau! Blume heiß! Nicht anfassen! Oh, und das da? Tafel! Franky lernen! Franky malt! Äh, Bruder! Hm? Was ist das? Quietschen! Quietschen! Tür ist offen! Franky geht raus! Aber, aber! Was ist mit Locke? Franky, Franky Idee! Ha, 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 ha! Fertig! Franky geht! Franky, ich bin's! Zeit für deine Lektion! Hm? Franky, wo bist du denn? Ich wollte dir heute beibringen, wie man sich die Hand gibt! Franky, wo bist du? Hm, hier ist er nicht! Und alles steht auch noch an seinem Platz! Na gut, vielleicht ist er bei seiner Stromzufuhr! Nein, hier ist er auch nicht! Franky, komm raus! Das ist nicht witzig! Oh, vielleicht ist er hinter der Tafel! So, Franky, jetzt hab ich dich! Verstecken ist sinnlos! Und, ha! Was? Auch nicht! Oh, wo ist er denn nur? Ah, Sekunde mal! Da stand doch eben was auf der Tafel! Wollen wir mal schauen! Oh, eine Nachricht von Franky! Was schreibt er denn? Hm, wenn ich das richtig deute... Ist Franky wohl zur offenen Tür gegangen und... Oh, ausgebüxt! Oh nein, das ist schrecklich! Der kann doch nicht einfach alleine rumlaufen! Die anderen Monster haben ihn noch nicht mal kennengelernt! Was ist nur, wenn er jemanden anknabbert? Ich muss ihn schnell finden! Aha, letztes Jahr haben wir gewonnen mit unserem Gruppenkostüm und dieses Jahr wird es genauso sein! Hey, guckt mal! Schaut euch den mal an! Hä? Wen? Ah, ich weiß! Du meinst den Zombie da, ne? Mann, du Mann! Er hat wirklich ein grandioses Kostüm! Das muss man sagen! Ja? Nicht wahr? Hey Zombie! Super Kostüm! Franky! 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 Bist du hier irgendwo? Oh, mal schauen! Ah! Du bist nicht Franky! Schnell weg! Haha, ich freue mich auf den diesjährigen Kostümwettbewerb! Na klar, weil du denkst, gewinnen zu können! Tja, mit meiner Verkleidung als König ist das hier wohl auch kein Wunder! Na, bildet euch aber mal nicht so viel ein! Mein Outfit kann sich auch sehen lassen! Wir können ja sogar als Pärchen durchgehen! Aber, aber, Marianne! Du bist ja ausschließend mit mir hier! Und ich bin James Bond 007! Haha! Nanu, was ist denn da los? Hm? Was meinst du denn? Oh Mann, schaut euch den mal an! Wie er das wohl macht! Das sieht ja auch voll licht aus! Haha! Franky! Hallo! Tja, König Gregor, da hat dir wohl jemand den Preis vor der Nase geschnappt! Den kannst du nicht schlagen! Ja, mag sein, aber ihm gönne ich es! Und wie der in seiner Rolle war, oder? Absolut, der lebt Fasching ja förmlich! Franky, bist du hier? Ah, auch nicht! Vielleicht ist er ja da drin! Franky? Hallo! Franky! Es ist wirklich vorbildlich, dass Sie den Fasching hier mit den Kindern auf der Kinderstation feiern! Ja, wirklich! Oh je, der ist so grün! Ob's ihm gut geht? Ach, Ivo, ist doch Fasching! Ich glaube, der ist einfach noch ganz tief in seiner Rolle drin! Keine Sorge! Schaut mal, wie er sogar beim Gehen schlürft! Also Wahnsinn, der hat seine Rolle wirklich verinnerlicht! Na gut, wenn Sie meinen Doktor! Franky, bist du hier? Nun, sag doch was! Ähm, ähm, ähm! Was, Franky, warst du das? Oh, du halbe Locke! Was ist denn mit Franky los? Ach, nichts, Dumbleguyfe, gar nichts! Alles gut! Ich spiele mit Franky nur vor Stecken, aber hier ist er offensichtlich nicht! Mann, der ist echt gut darin! So, ich muss da mal wieder! Tschüss, Dumbleguyfe! Hm, muss ich mir jetzt etwas Sorgen machen? Hey, cooles Kostüm, Alter! Danke, deins ist aber auch nicht schlecht, Herr Meisterdetektiv! Vielen Dank, Herr Roboter! Hihi, wer hätte gedacht, dass man eine Fee und ein Ritter zusammen schaukeln? Und dann hat er gesagt, was? Fasching, Fasching, Fasching! Und was meinst du, Anni? Kommt Locke heute nochmal? Ich glaub schon, schließlich ist heute doch Fasching! Da kann er hier unter die Leute kommen, ohne erkannt zu werden! Lalalala, Frankie! Hey, hast du den grad gesehen? Ja, aber wir haben doch gar nicht Halloween! Zu Fasching soll man sich doch lustig verkleiden! Ja, da hast du recht! Guck mal, was macht er denn jetzt? Und dann, stellt euch mal vor, da ging's so Wusch und Bäm und Zack und... Haha, und ja, auf einmal stehe ich hier! Frankie, Hunger! Mh, yummy! Mini-Snacks! Frankie! Mh, yummy! Yum, yum, yum! Hey, was machst du da? Das ist mein Hut! Gib ihn wieder her! Entschuldigung, ich dachte, du bist halt was zu essen! Was? Ich was zu essen? Du verhältst dich ja echt wie ein Zombie, Respekt! Übrigens, sein Kostüm ist mega gut, hast dir echt Mühe gegeben! Oh, Frankie gut, ja, ja! Hey Leute, schaut mal hier, was für ein cooles Kostüm der hat! Das ist wirklich ein tolles Kostüm! Hm, doch komisch, dass er sich irgendwie so gruselig anzieht, oder? Ja, stimmt, eigentlich macht man das ja zu Halloween, Fasching ist ja eher was Lustiges! Ich hab da eine Idee! Bist du bereit, Emil? Bin ich, Anna! Los geht's! Möge das Umstyling! Beginnen! Franky? Franky? Ähm, nein! Nein, nein, nein! Franky hübsch! Franky fresh! Das gefällt mir! Franky cool! Hm, perfekt! Oh, Franky aussieht wie Locke! Du kennst Locke? Franky, bist du irgendwo hier draußen? Franky! Oh Mann, oh Mann! Anscheinend ist er nicht im Schloss, oh Gott! Na gut, wenn er hier nicht ist, ist er wohl draußen unterwegs! Oh je, oh je, was ist, wenn er Menschen begegnet? Ich dachte, dass er die auffrisst, ja, ich hab ihm noch gar nichts beigebracht! Okay, dann werd ich mal losstarten, hoffentlich find ich ihn schnell! Naja, gut, weit kann er ja noch nicht gekommen sein! Ich denke, ich werde meine beiden zwei Menschenkinder um Rat fragen! Vielleicht haben die ihn gesehen! Und da vorne ist auch schon der Spielplatz! Oh, ein Glück, die Kinder sind da! Na dann mal schnell! Franky, haha, Franky, Franky, Franky cool! Ah, Kinder, zum Glück hab ich euch gefunden! Oh, Locke, du bist ja doch da! Kinder, ihr müsst mir unbedingt helfen, ich hab ein großes Problem! Eins meiner Monster ist ausgebrochen, ich weiß nicht wohin und er weiß sich nicht zu benehmen! Ich muss ihn unbedingt finden, bitte helft mir! Immer mit der Ruhe, Locke, wir haben ihn doch schon längst gefunden! Was? Wirklich? Wo denn? Da drüben ist er! Guck mal hin! Hä, wo? Go, Franky! Go, Franky! Go, Franky! Go, Franky! Ha, ha, ha! Was ist denn da passiert? Könnt ihr mir mal erklären, warum er aussieht wie ich? Wir haben ihm ein Umstyling verpasst! Ah, stimmt, heute ist Fasching! Na gut, dann lasst uns Spaß haben! Und weiter geht's, Leute! Wenn ihr noch mehr von uns sehen wollt, dann klickt einfach auf eins der beiden Videos hier rechts im Bild! Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, denn wir bringen euch jeden Tag ein neues Video zu Playmobil Polizei, Feuerwehrmann Sam, Playmobil Feuerwehr und, und, und! Einfach den Abonnieren-Knopf drücken und ihr verpasst kein Video mehr! Bis zum nächsten Mal!